Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 2015 hier auf Let's Multiplay. Ohne euch Zuschauer wäre das Ganze natürlich überhaupt nicht möglich. Daher danke für euren Support. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Das freut uns sehr und hilft uns auch sehr beim Weitermachen mit den Videos. Lasst doch gerne da unten einen Kommentar in den Kommentaren stehen. Klingt zwar ein bisschen verwirrend, aber Kommentar in den Kommentaren passt immer. Und falls ihr es nicht getan habt, lasst uns ein Abo da, indem ihr auf den wunderschönen Abonnieren-Button drückt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge vom Landwirtschaft Simulator. Ich habe gedacht, da könnte ich runterfahren, weil das sah so aus, wenn ich da runterfahren könnte. Aber irgendwie konnte ich da nicht runterfahren. So, wo ist jetzt der blöde Helfer hier? Hast du ihn abgetankt, Kater? Nee, ne? Nee, hast du nicht. Nö. Ich habe unser Lager abgetankt. Ah, okay. So. Fährt der Helfer hier nicht mehr weiter oder ist er fertig? Hä? Hallo, Helfer? Wieso machst du nicht gebraucht? Für unseren... ...Fürger... ...Feuer? Der Helfer wollte nicht mehr weitermachen. Ah! Hilfe! Fahr rückwärts. Äh, hallo? Warum kann ich hier nicht rückwärts fahren? Autocombine? Das ist dein Autocombine schon wieder. Ach, die Arbeitsbreite. Okay. Der Autocombine, das ist hier, äh, ne? Abfallhälfer. Das ist auch ein alterer, alternativer Helfer. Damit der, äh, nicht mal bloß hin und her fährt, sondern auch das, das Feld diese, äh, na, unregelmäßigen Felder einständig aberntet. Aber ich kann gerade nicht vorwärts fahren. Und auch nicht rückwärts. Die mussten wir alles schalten. Wir müssen wir alles schalten. Ach, Motor natürlich, äh, noch mal Motor noch mal Eisen an. Das liegt an diesen, äh, diesen Scheiß, mit diesem, äh, na. Äh, ist halt eine alte Maschine, ne? Ah, jetzt wäre das, okay. Hey, das ist, wenn der Helfer aufhört, man steigt ein, muss man Motor wieder anmachen oder noch mal Eisen anmachen, dann läuft er auch bitte. Okay. Ich weiß, es wäre hier so, es ist auf der Kläden mal raus, Herr, dann muss ich so nicht so wahnsinnig viele Maschinen haben. Haben wir nicht? Wir holen uns nicht die Riesen-Erntemaschinen? Äh, nö. Wie ich mir jetzt vorstelle, hier in Krone, Big X, da und auch so was hier. Oh, hey. Da geht's ab. Ah, so. Das war jetzt noch verkehrter Einkauf. Äh, wo fährt ein Auto, wo fährt ein Helfer hin? Kater, der Helfer fährt weg. Halt auf, schneid zu voll. Ja, aber der fährt gegen die Wand da hinten. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Der Helfer fährt gegen die Wand. Das macht noch 200 Euro. Was? Das macht den, ja. Ich fahr jetzt mal zurück. Wieso fährt denn der gegen die Wand? Weiß ich nicht. Weil das kann. Hast du noch nie mit Auto Combine gearbeitet? Nein. Zeit. Ja. Das muss ich dir einstellen beim Auto Combine. Wie mach ich das? Erklär doch mal, wie das machen. Ich weiß nicht, was bei dir die Taste ist, dass der die Hood unten öffnet. 5. Ach so. Ja, da musst du theoretisch, im Prinzip ist er eigentlich schon eingestellt. Helfer einstellen. Du hast da einmal das Viereck auf der linken Seite in der Mitte, oder dieses unregelmäßige, für unregelmäßigen Feldrand. Mhm. Das unregelmäßig muss eingestellt sein, und dann kannst du den noch einstellen in weder diese Schnecke, das da außen rumfährt, sozusagen, oder hin und her. Dann kannst du noch angebend mit dem Pfeil in welche Richtung er wenden soll. Ach so, warte mal. Ja, ich hab aber trotzdem das Feld nicht verlassen dürfen, egal was du da einstellst. Hat er aber verlassen das Feld. Dieser böse Bub. Du hast Lawine. Selber das Abziehen verlassen des Arbeitsplatzes, das können wir nicht durchgehen lassen hier. So. Also, alternative Helfer. Naja. Wir haben immer noch nichts zum Düngen gefunden hier. Okay. Ja, kaum war ich festgefahren. Wie, du hast noch nichts zum Düngen gefunden. Wir brauchen noch ein Fahrzeug für den Düngersteuer. Nimm mal meinen kleinen Fendt. Äh, da fehlen noch 200. Ach, ich muss noch hier ein bisschen was aus dem Hof holen verkaufen. Ich hab doch Weizen schon drauf. Verkauf ich doch gleich. Oh, verkaufst du Weizen. Oh, jetzt fehlen der Helfer wieder schneller. Komisch. 100 Liter Habs hier. Ja. Ja. Das ist aber die anscheinend verkehrte Einstellung. Keine Ahnung. Hauptsache, er fährt. Was macht ihr denn? Ja, der hat so ein bisschen was stehen lassen. Jetzt fährt der Helfer wieder richtig. Sehr schön. Ich habe es geschafft. Nein, fährt er nicht. Er dreht um. Er soll rundum fahren. Ja, es ist doch egal, ob er jetzt rundum fährt oder Hauptsache, er fährt. Du mit deinem komischen MTZ-82-1. Hallo. Hallo. Ja, ich soll doch mal auf den Bildschirm schauen. Ja, wo fahren sie denn hin? Ja. Also, Tom ist hier schon wieder sehr produktiv. Man merkt es schon wieder. Ich bin immer ein Element. Ja, man merkt es. Elementar, Mr. Watson. Elementar. Guck mal, äh. So, jetzt gibt es Kohle. Jetzt gibt es Kohle, jetzt gibt es ein Fan für Tom. Da ist er weiß, es wird doch zufrieden. Juhu. So. Dann kannst du den blauen haben, dann. Ja, kannst du deinen Fan abholen. Ja, ist da nur eine Gruppe her. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Toms. Ja. Nur Tom? Ja. Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Nur Fan-Fan-Fan-Fan. Du bist ja beim, äh, dringendrücken. Job. Wer ist beim Job? Na, ich hole mal mit meinem Fan. Baut man denn da die Reifen dran? Bitte! Wurde da ohne Reifen geliefert, oder wie? Ja. Nein, äh, Türfen schließen, Zwillingsbereifen, ah, er. Ja. Was, der Fan hat Zwillingsbereifen? Ja. Nie aufgefallen. Aber nur hinten anscheinend. Reicht ja auch für dich. Ah ja, er hat einen normalen Helfer eingeschaltet, deswegen. Ist okay. Dickes Ding. Ich muss mal mal erklären, wie es richtig geht hier. Mach die kleine Rabe, die sitzt an der Wand, äh, am Baum. Das war auch immer schiefgelaufen. Nö, das war fertig. Eks und fertig. Aber die Map läuft schön flüssig und rund auf dem Server hier finde ich. Ja, vor uns hat es schon mal kurz gelackt, aber auch nicht so extrem. Wenn doch, äh, mit anderen Map zu liegen. Ja. Habe ich doch gesagt. Aber auf der Athleten-Map, das ist eben eine Map, da kann man keine 10-Mann beschäftigen. Nee, das stimmt. 4, 5 maximal, würde ich sagen. Ja, maximal. Ja, wird jetzt hier eigentlich mal gedüngt, oder was? Ich muss abtacken. Ich bin, ich bin kein Uppern. Das musst du kuppern. Ja. Ich habe den Fan von Düngerstreuer geholt. Eioi. Geht auf den Hof da an, da. Ah, am Schock. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ah. Profis schon, aber die Profis machen halt immer was er wollen hier, das ist das Profische. Aber diesen alten Russen-Mähdrescher passt ganz schön mit dem Zeug rein, ne? Ja. Ich habe da noch einen im Shop, aber... Apropos Shop, die brauchen noch Gewicht. Gewicht, die gibt es nicht. Ausverkauft. Und Fendt, doch. Und kauft den Beton. Wenn wir warten von den Instran-Mocken, mit der Freund, Leute, der Fendt, der 13er. Ja. Äh, wo ist jetzt der Düngerstreuer? Wo habt ihr den Düngerstreuer hin? Ach, da hinten. Äh, warte mal, was ist denn immer denn für einen? Er hat 800 Eigenbaugewicht, was hat denn der Kilo? Hm. Ich mache das mit der Schaufel und mit der Gabel. Und mit dem Besen. Ah, ne, hör doch auf. Geh da hinten hoch. Hast du den anderen Mod runter gemacht da? Ne. Boah, herrlich, diese Ruhe, ey. Ich bin zu blöd, den Düngerstreuer hier dran zu babben. Wieso? Willst du ihn falsch schon mal machen? Ich bin ja, dass ich so doof bin, ja. Ich soll ich nicht so schnell, der scheiß Beloro ist hier. Tom, du sollst arbeiten, ich sehe dich. Ich brauche nur ein Gewicht. Ja, machen wir es schneller, ey. Ja, ich könnte auch eins gebrauchen, ja, für den, ja, aber na gut. Da brauchst du wahrscheinlich ein altes Gewicht, oder? Hm, geht ganz gut. Weil er nicht so rasen. Irgendjemand muss doch hier mal düngen. Lieschen, 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 komm ein bisschen, bisschen auf den Rasen. Da kannst du... Gasen. Ja, ja. So wie früher, 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 nur mit Gemüterzieher, ohne Hälter, ohne Hülschen, immer wieder. Zack, 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 zack. Ne? Wer kennt ihn nicht? Von wegen, der hat mich gesoffen. Nein. Kannst du jetzt viel erzählen? Ja. Der Tag ist jung, die Nacht ist alt, drum saufe ich Schnaps die ganze Zeit. Bis es knallt. Bis es knallt, ja. Okay, das Gewicht verkaufe, wenn du mal das backt. Hast du einen Tripper oder Schanker, bist du immer noch kein Kranker. Erst wenn es knallt und zischt, dann hat es dich erwischt. Alter. Ja, ja. So ist der Helfer denn nicht fertig. Ja, dann machen wir wieder eine Folge über 18. Ja. Ja. Willkommen bei meinem Leben. Ah. Gefällt mir nicht, das Gewicht. Jetzt wird er nach der Schönheit. Nee, packt. Ich muss schon mal gucken, was da hier oben mit dem Trasch und nur einstellt, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Gar nicht wahr. Ah ja. Ja, jetzt hast du ja schon heiß, gebügelt. Bin ich gerade dabei, ja. So. Normale Helfer, Alternative. Mach nicht diesen normale Viereck rein, sondern mach dieses unregelmäßige Viereck. Dann fährt das schön ab. Helfer einstellen, ja. Ah, jetzt hat das, naja, das war nicht ganz. Jetzt sieht es besser aus. Jetzt arbeitet er, aber ich kann mich hier zurücklehnen. Und warten, bis wir starten, was immer auch geschieht. Gata, kennst du den Song noch hier? Arbeiter, boh, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Kennst du den? Oh Gott, das will. Ja. Das muss, das muss lange her sein. Ja. Habe ich solchen Songs immer etwas verweigert. Echt? Okay. Ja, das ist, was ich nicht habe. Nee, ich mag den auch nicht. Ja, unsere Partei hatte immer recht. Absolut mein. Ja? Der fährt doch schon wieder hier übers Feld raus. Hallo? Hier ist was los in Deutschland. Was ist denn hier los? Wo? Der hat keine Power zum Gruppen. Was braucht er? Ich sagte, der hat keine Power zum Gruppen. Echt nicht? Nein. Ach ja. Verkehrte Seite. Wie? Der hat keine Power zum Gruppen. Ja. Willst du mal fahren? Hier, steigen wir ein. Wollen wir. Tatsache. Was ist dein Fan? Ja. Ja. Wieso bewirken sich jetzt kein Mieter mehr? Warte mal. Weil du ihn abgestellt hast. Nee. Der war an. Jetzt läuft er. Ich hab ihn für den Düngerstreuer auch gekauft. Mal von der anderen Seite gucken. Gucken, ob es bergab besser geht. Alter, der grubbert echt nicht. Hat sich festgefahren. Jo. Der Helfer steht hier auch. Ey, Tom. Gib mir mal eine scheiß Kiste wieder. Raus da. Was macht denn der Scheiß mit, Drescher hier? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Der Hirschenfunk. Das ist alles ein bisschen eigenartig. Er spuckt's auf der Mob. Das Gefühl hab ich auch schon. Kommst du raus hier? Änscherische Graben hier und der fährt rein. Jetzt ist aber hier. Da war Schülz in der Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020